Willkommen zu meinem ersten Tutorial zur funktionalen Programmierung. Für dieses Tutorial setze ich voraus, dass ihr OCaml installiert habt oder dass ihr wisst, wo man den Online-Interpreter findet. Sicherheitshalber habe ich den Online-Interpreter in der Beschreibung dieses Videos nochmal verlinkt. In diesem Tutorial geht es um funktionale Programmierung. Funktionale Programmierung ist eine Programmierart, die einem das schnelle Erstellen von Programmen durch Nähe zur Mathematik ermöglicht. Von allen Programmierarten ist dies die vermutlich intuitivste. Damit man sich keine Möglichkeiten verbaut, benutze ich OCaml in meinen Tutorien, eine Multiparadigmen-Sprache, in welcher man sehr gut funktional programmieren kann, aber eben nicht muss. Imperative und objektorientierte Programmierung ist ebenfalls in OCaml möglich. So, ich habe hier den Interpreter mal gestartet. Was ist ein Interpreter? Ein Interpreter ist ein Programm, welches die Eingabe des Benutzers liest, sie interpretiert, ausführt und dann eine Antwort an den Benutzer zurückschreibt. Die Benutzung eines Interpreters ähnelt etwa einem Dialog oder einem Chat. In OCaml muss man nach jeder Eingabe zwei Strichpunkte schreiben, solche hier, um das Ende zu kennzeichnen. Eingaben können nämlich auf mehrere Zeilen verteilt werden. Ich gebe hier mal eine Zahl ein. Die Antwort muss man erklären. Das Minus steht für das, was gerade eingegeben wurde. Dieses Minus hier. Der Doppelpunkt bedeutet in etwa, das ist ein und int bedeutet ganze Zahl. Die Eingabe kann man also so lesen. Was du eingegeben hast, ist eine ganze Zahl, die gleich 42 ist. Man kann OCaml als Taschenrechner benutzen, mit den Operationen plus minus mal geteilt, wie zum Beispiel 3 plus 4, 3 mal 4, 1 minus 1. Funktioniert wie erwartet. Die Vision geht etwas anders. Man versucht einfach 3 durch 4 einzugeben. Da kommt nicht 0,75 raus, sondern 0, weil zur 0 hin gerundet wird. Es wird auf ganz Zahlen operiert. Da muss man runden, wenn das Ergebnis eigentlich gebrochen wäre. Und bei minus 3 durch 4 kommt eben auch 0 raus, weil zur 0 hin gerundet wird. Was passiert, wenn man durch 0 teilt? Dann gibt es eine Ausnahme, die Berechnung bricht ab. Genauso, wenn man eine zu große Zahl eingibt. Also den ganzen Zahlen in OCaml, den eingebauten ganzen Zahlen sind gewisse Grenzen gesetzt. Und wenn diese Grenzen verletzt werden, dann bricht eben die Rechnung ab. Wenn man mit Kommazahlen rechnen möchte, dann muss man alles mit Punkten versehen. Zum Beispiel 3 Punkt durch Punkt 4 Punkt. 0,75. Hier kann man auch sehen, dass das Ergebnis einen anderen Typ hat. Float, das steht für Gleitkommazahl. OCaml kennt nicht nur Zahlen, sondern auch Text in Form von Strings. Strings schreibt man mit Anführungszeichen. Dies ist ein String. Hier sieht man Typ String. Mehrere Strings kann man auch aneinander hängen, mit diesem Dachoperator. Etwas, noch etwas. Dann bekommt man einen String zurück. Etwas, noch etwas. Strings haben keine Schriftgröße oder Schriftfarbe. Es sind einfach nur Aneinanderreihungen von Buchstaben. Es gibt ein paar Spezialfälle. Zum Beispiel, wie schreibt man die Anführungszeichen selber in einem String? F bla blub. Und dann will man Anführungszeichen. Da muss man ein Backslash davor machen. Das nennt man Escape Sequence. Wenn man erst ein Backslash schreibt und dann irgendetwas, das ist eine Escape Sequence. Und die ist dafür da, damit man Buchstaben und Symbole, die man eigentlich nicht schreiben könnte, trotzdem schreiben kann. Dann macht man hier die Anführungszeichen. Dann schreibt man noch etwas. Dann bekommt man einen String. Und in der Antwort bekommt man die Escape Sequence eben auch mit angezeigt. Wenn man sich anschauen will, wie der String wirklich aussieht, dann kann man das zum Beispiel mit print-endline erreichen. Print-endline und dann den String. F bla blub. Anführungszeichen. ASDF. Dann sieht man, so sieht der String aus, wenn er ausgegeben wird. Keine Escape Sequence mehr, sondern die richtigen Anführungszeichen. Und dann, wie bekommt man natürlich dann den Gegen-Schrägstrich, wenn er für Escape Sequenzen benutzt wird? Einfach so. Er ist selbst eine Escape Sequence. Man kann auch Zeilenumbrechung einbauen. ASDF, Backslash, ASDF. oder eben mit print-endline sieht man dann, eine neue Zeile wurde angefangen. Soweit so einfach, aber es wird noch einfacher, denn jetzt geht es um Wahrheitswerte. Wahrheitswerte sind entweder wahr, das heißt true, oder falsch, das heißt false. Der Typ, bool, für boolsche Werte, was nichts anderes heißt als Wahrheitswerte. Wahrheitswerte können zum Beispiel Ergebnisse von Vergleichen sein. 3 kleiner 4, das ist true, also wahr. 3 kleiner gleich 4 ist auch wahr. 3 größer 4 ist falsch. Und 3 größer gleich 4 ist auch falsch. Wahrheitswerte sind auch das Ergebnis vom Test auf Gleichheit. Also 3 gleich 4 ist auch falsch. 4 gleich 4 wäre dann wahr. Wahrheitswerte kann man auch verknüpfen, zum Beispiel mit und. True und true. Man beachtet, dass es hier zwei solcher und-Zeichen sein müssen. Ja, und wird halt genau dann wahr, wenn alle Komponenten wahr sind. Das heißt, sobald ein false dasteht, wird es false. False und true wird zu false. Bei oder ist es genau andersrum, da müssen alle Komponenten falsch sein, damit es falsch wird. False oder false ergibt false. Sobald eine Komponente true ist, wird das Ganze true. Ja, eine weitere wichtige Operation auf Wahrheitswerten ist not. Not true is false und not false is true. Das ist einfach die Negation, nicht. Wahrheitswerte kann man benutzen, um Fallunterscheidungen zu treffen. Abhängig vom Ergebnis eines Tests, wie eben beschrieben, kann man das Ergebnis mit if-then-else beschreiben. Also if-true-then-else-2, das ergibt 1. Und wenn in der Bedingung vorne false steht, dann kommt eben 2 raus. Auf diese Weise kann man von Vergleichen etwas abhängig machen. So zum Beispiel. Um nicht immer alles doppelt und dreifach hinschreiben zu müssen, kann man Variablen definieren mit let. Let x gleich 5 zum Beispiel. Dann ändert sich die Antwort leicht. Anstatt des Minus bekommt man val x. Also der Wert x ist eine ganze Zahl, 5. Variablen müssen am Anfang immer klein geschrieben werden. Also man kann jetzt nicht sagen, hier sowas wie let a, s, d, f mit dem a groß geschrieben. Das wird nicht funktionieren, denn große Anfangsbuchstaben sind für Konstruktoren reserviert. Wenn ein Wert mehrmals definiert wird, wie jetzt hier x, dann gilt immer die letzte Definition. Also wenn ich jetzt hier x schreibe, dann wird die letzte Definition angewandt und es kommt 3 raus. So, bisher wurden nur eingebaute Operationen benutzt. Jetzt kommen selbstgebraute Funktionen ins Spiel. Jeder erinnert sich vermutlich an die Funktionen aus der Schule, zum Beispiel die Funktion, die alles verdoppelt. x wird abgebildet auf 2 mal x. Solche Funktionen kann man mit fun in OrCaml schreiben. Hier so fun für Funktion. x wird abgebildet mit so einem Pfeil, Minus, Größer und dann 2 mal x. In der Eingabe und man bekommt zurück die Antwort, was du eingegeben hast, ist eine Funktion, die ganze Zahl abbildet auf ganze Zahlen. Und das ist eben eine Funktion. Um die Funktion anzuwenden, kann man sie zum Beispiel einklammern und auf ein Argument einfach anwenden, indem man es nachstellt. Zum Beispiel 3. 2 mal 3 ist dann 6. Wenn man die Klammern nicht hinschreiben würde, das versteht der Compiler zwar auch, jedoch hat das eine fundamental andere Bedeutung. Dann ist nämlich dieser Term 2 mal x3 das Ergebnis der Funktion mit Parameter x. Das bedeutet, x wird angewandt auf 3 hier. Das heißt, er nimmt an, x ist bereits eine Funktion, die man auf eine ganze Zahl anwenden kann. Also das hat eine andere Bedeutung, als wenn man die Klammern schreibt. In Kombination mit let sehen Funktionsdefinitionen nochmal anders aus. Man kann zum Beispiel die Funktion wie eben so hinschreiben. 2 mal x. Jetzt ist f die Funktion, die x auf 2x abbildet. In OCaml kann man das noch so hinschreiben, dass das Fun auf der rechten Seite zu einem Parameter auf der linken Seite wird. Dann kann man hier einfach das Ergebnis hinschreiben. Und das sieht schon sehr aus wie eine Definition von Funktionen in der Schule. Zwar nicht mit den ganzen Klammern und Kommas, aber immerhin von der Struktur ähnlich. Eine Funktion kann man auch mehrere Parameter geben, zum Beispiel let fx gleich 2 mal fxy gleich 2 mal x plus y. Natürlich hätte man das auch so definieren können. Let f gleich von xy wird abgebildet auf 2 mal x plus y. Und solche Funktionen kann man auch anwenden, einfach indem man die Argumente nachstellt. 3, 4. Es muss da rauskommen. x ist 3, y ist 4, 2 mal 3 ist 6, plus 4 ist 10. Stimmt. Zur Klammersetzung hier, das wird genauso interpretiert, als werden hier die Klammern gesetzt. Klammern um Argumente, also zum Beispiel so, muss man eigentlich nur dann setzen, wenn das Argument zusammengesetzt ist, wie zum Beispiel 1 plus 2. Ansonsten kann man sie weglassen. Wenn man die Klammern weglässt, dann kommt sofort was anderes raus, da Funktionsanwendungen, wie hier zum Beispiel, stärker bindet, als dieser Operator. Das heißt, der Compiler denkt jetzt, okay, f wird auf 1 angewandt und 2 wird auf 4 angewandt, und die Ergebnisse werden mit plus zusammengesetzt. Aber da das von den Typen her nicht aufgeht, f erwartet noch ein zweites Argument, damit eine ganze Zahl rauskommt. Deswegen gibt es hier einen Fehler, der was mit Typen zu tun hat. Und davon darf man sich aber nicht verwirren lassen, man hat einfach nur die Klammern falsch gesetzt. So was passiert ab und zu mal. So, nun zum nächsten Kapitel. Einen weiteren Datentyp, nämlich Listen. Listen sind endliche geordnete Ansammlungen von Werten des gleichen Typs, zum Beispiel hier so eine Liste 1, 2, 4, 3. Man schreibt die eben mit so eckigen Klammern und dazwischen ein Semikolon. Ein Semikolon, kein Komma. Das ist wichtig. In anderen Sprachen sind das Kommata, aber hier ist es ein Strichpunkt und es gibt einen komischen Fehler, wenn man das Komma benutzt. Nämlich, dann hat man keine Liste aus ganzen Zahlen, sondern eine Liste mit genau einem Element und das ist ein Tuppel. Tuppel habe ich noch nicht erklärt, aber auf jeden Fall nicht die Kommas verwenden, wenn ihr eine Liste aus ganzen Zahlen haben wollt. Semikolon. So, die gleiche Liste kann man noch anders hinschreiben, nämlich mit so einem Doppelpunkt-Operator und hier mit der leeren Liste. Was macht der Doppelpunkt-Operator? Der nimmt als linken Operand eine ganze Zahl oder irgendeinen beliebigen Wert und als rechten Operand eine Liste, zum Beispiel die leere Liste und macht daraus wieder eine um 1 größere Liste. Das heißt, 1, 2, leere Liste wird genauso geklammert, dass die Klammern um den rechten Doppelpunkt stehen. Das heißt, es ist rechts geklammert. Wenn man die Klammern anders setzen würde, würde man wieder ein komisches Ergebnis bekommen, nämlich ein Typfehler, der Doppelpunkt, wie ich bereits erwähnt habe, erwartet auf der rechten Seite eine Liste und 2 ist keine Liste. So, schauen wir uns nochmal den Ergebnistyp an. int, list. int kennen wir schon, das ist eine ganze Zahl und list ist ein Typkonstruktor. Ein Typkonstruktor ist sowas ähnliches wie eine Funktion auf Typen und int ist dann das Argument, nur in der Syntax ist es in OCaml so, dass die Typkonstruktoren nachgestellt werden. Das heißt, sie stehen rechts und Funktionen, wenn man sie anwendet, stehen eben links, also es ist genau umgedreht. Listen können beliebig lang werden. Definieren wir mal eine und man kann aus einer Liste immer eine Liste bekommen, die um 1 länger ist mit dem Konstoperator, habe ich schon erklärt. 5 vorne dran ein x ist, dann hat man eine neue Liste. Im Gegensatz dazu stehen Tuppel. Tuppel haben eine feste Länge und die schreibt man eben mit dem Komma. Zum Beispiel so 5 1 2 4 dann sieht man int mal int mal int mal int genau so viele Typen stehen hier mit dem Stern verbunden wie man Komponenten im Tuppel hat. 1 2 3 4 und um das besser lesbar zu machen sollte man wirklich immer diese Klammern wie es hier in der Ausgabe vorgeschlagen wird mitschreiben damit man sofort erkennt, dass es ein Tuppel ist. Im Gegensatz zu Listen können die Komponenten von Tuppeln unterschiedliche Typen haben das heißt fu 2 sowas funktioniert durchaus. dann sieht man das im Tuppeltyp das in der ersten Komponente ein String steht hier und in der zweiten ein int So, zum Schluss noch zwei Sachen für zukünftige Tutorien. Wenn man in einer Definition einer Funktion mit let also zum Beispiel let f von n gleich irgendwas und wenn hier jetzt das f irgendwie wieder auftauchen soll und das soll das gleiche f sein wie das auf der linken Seite dann muss man hier rec für Rekursion hinschreiben Recursion deswegen weil es Englisch ist, ist hier ein c und kein k ja und als Beispiel schreibe ich jetzt hier mal die Funktion hin, die alle Zahlen von 0 bis n aufsummiert also wenn n kleiner gleich 0 ist dann ergibt sich 0 ansonsten n plus f von n minus 1 und hier kommt eben das f nochmal vor und deswegen muss vorne rec stehen und er erkennt f ist eine Funktion von int nach int so 1 plus 2 ist 3 plus 3 2 ist 6 plus 4 ist 10 also f von 4 10 so das mal das erste das zweite Fallunterscheidungen wie die eben gezeigte nochmal mit if kann man auch auf Listen machen und zwar mit Pattern Matching die Fallunterscheidung auf Listen unterscheidet bei Listen ob sie leer sind oder ob sie mit diesem Doppelpunkt Operator hätten erstellt werden können und wenn sie eben nicht leer sind kann man bekommt man auch zurückgeliefert vom Pattern Matching das erste Element der Liste und den Rest der Liste Beispiel Match 1 2 3 jetzt hier der Fall der leeren Liste der wird nicht eintreten weil die Liste eben nicht leer ist die hat drei Elemente dann kommt ein Pfeil und dann der Fall der Ergebnis für den Fall dass die Liste leer ist dann ein senkrechter Strich für den zweiten Fall und jetzt kann man hier neue Variablen binden zum Beispiel x und xs Plural s für Listen ist in OCaml findet man in OCaml Code häufig dann wieder der Pfeil und dann zum Beispiel x als Wert der rauskommen soll wenn die Liste nicht leer ist also das gibt jetzt die 1 zurück denn man hätte ja die Liste auch so schreiben können dass man sie mit dem Doppelpunkt konstruiert dann sieht man das hier hat die gleiche Struktur also diese Liste hat die gleiche Struktur wie dieses Pattern und deswegen wird die 1 ans x gebunden und der Rest an x ist also man kann ja auch mal x ist schreiben muss man den Fall ändern wenn man die Syntax drauf hat dann bekommt man eben den Rest der Liste wenn man hier die Leere Liste hinschreibt ritt natürlich der Fall der Leeren Liste ein und es kommt die Leere Liste raus solche Fallunterscheidungen in Kombination mit Rekursion sind sehr mächtig hat man sie begriffen erschließt sich einem die grundlegendste Form der Problemlösungsfindung aber dazu die folgenden Tutorien am Schluss noch eine Sache zum Interpreter man kann Dateien benutzen mit dem Interpreter also wenn man zum Beispiel eine Datei erstellt test.ml dann schreibt man da sowas rein wie print.endline hello world und dann speichert man das dann startet man wieder OCaml dann kann man die Datei die ich gerade angelegt habe test.ml mit use benutzen use test.ml man muss den Interpreter natürlich im gleichen Verzeichnis gestartet haben wo die Datei liegt ansonsten müsste ich hier den vollen Pfad angeben also using home page videos test.ml ja und die Schlange hat er jetzt nicht erkannt home ja genau so oder eben lokal wenn man es richtig gestartet hat so und das letzte für heute der Befehl quit damit beendet man den Interpreter unter linus-steuerung-d unter Windows keine Ahnung so das war's für heute bis zum nächsten mal tschüss